Moin zusammen, herzlich willkommen zu einem neuen kleinen Video. Heute geht es mal wieder um Werkzeug und zwar um meinen Schlagschrauber von Makita. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zugucken. Als erstes kläre ich mir, wozu brauche ich überhaupt einen Schlagschrauber? Ganz klar zum Reparieren. Autos, ich habe ja viele Autos selber repariert, mache das immer noch, jedenfalls zum Teil, nicht alles. Ja, bei meinem Unimog zum Beispiel, da brauchte ich einen größeren Schrauber, da hat so ein kleiner natürlich nicht ausgereicht, aber so für normale Autos und wie auch für meinen Bulli, da reicht so ein Schrauber auf jeden Fall für die meisten Dinge vollkommen aus. Ich brauche den aber auch für den Holzbau und wieso, warum, das erkläre ich gleich nochmal, denn ich schraube damit auch. Also ganz normale Holzschrauben und wie das funktioniert, zeige ich euch, denn da kann man nämlich viel verkehrt machen. Was gibt es zu dem Schrauber alles dazu? Also je nachdem, was man für ein Set kauft, ganz klar. Es gibt eine Box von Makita dazu, da ist das Zeug dritte, kennt ihr, also eine ganz normale Box. Es gibt den Schrauber dazu, es gibt zwei Akkus dazu, also ich habe mir so ein Z gekauft mit zwei Akkus, weil ich ja sonst immer Festool benutze und Festool hat nicht so einen schönen Schrauber, finde ich. Jedenfalls finde ich das. Es gibt ein Ladegerät dazu und das macht auch schön Musik. Das zeige ich gleich nochmal, ob das gut ist oder nicht. Na ja, egal. Das sind die Dinge, die es dazu gibt. Mehr ist da gar nicht bei. Das heißt, ja, man braucht eigentlich auch nur den Schrauber und die ganzen Zusatzteile kauft man sich sowieso extra für das, was man gerade braucht. Apropos Akkus, die Akkus sind Lithium-Ionen, das ist ganz wichtig. Die halten länger, die bleiben immer voll, also jetzt voll, wenn man sie lagert. Wenn man sie benutzt, bleiben sie natürlich auch nicht voll, ganz klar. Und das Ladegerät, das lädt die Dinger ziemlich schnell auf. Man kann hier hinten, ich zeige euch das mal, man kann hier hinten raufdrücken und dann könnt ihr den Akkuzustand erkennen und ja, dass der Akku 18 Volt hat das Ganze und das ist, glaube ich, ein 5,0. Genau, steht ja drauf. 5,0, 18 Volt. Das sind die Akkus. Ich mache mal wieder ein bisschen größer, sonst bin ich da nicht drauf. Das Ladegerät. Ich habe das mal eingesteckt, das Ladegerät und wenn man das hier jetzt reinschmeißt, dann singt das gleich ein Lied. Was mich stört, ist, dass da ein Lüfter drin ist, aber naja, ist so klein wahrscheinlich und die Leistung beim Laden ist relativ hoch und wenn der fertig ist, singt ja auch ein Lied und ihr könnt das Lied auch noch einstellen. Ich finde das ja komplett übrig, sowas, aber naja, egal. Hätte auch gereicht, wenn das gepiept hätte an der Stelle. Es sei denn, man hat 3000 Akkus, dann weiß man, oder Ladegeräte, dann weiß man, welches da gepiept hat, aber naja. Ich mache das mal aus, weil dieser Lüfter stört mich hier beim Filmen. Ansonsten ist das Ding aber gut, kann ich nicht meckern und durch den Lüfter wird das Ding auch nicht richtig heiß, ganz klar, weil die Wärme abgeführt wird. Kommen wir als erstes mal zu den Funktionen. Es gibt ja hier unten, da gibt es so ein kleines, ja was ist das, so ein kleines Display, hätte ich beinahe gesagt, ist es ja nicht, so eine Anzeige mit Lampen. Ich zeig die mal hier, diese Anzeige und die ist hier unten drauf, wo drückt man da drauf da? Wenn man da auf verschiedene, kann man gar nicht richtig sehen, ich muss das nachher nochmal vom Nahen filmen, also mit einer extra Kamera. Wenn man da drauf drückt, dann kann man einiges einstellen und zwar, man kann die Stufe 1, 2, 3, 4 für ganz normale Schrauben einstellen, das benutze ich meistens auch nur, muss ich ehrlich zugeben. Ja, das Ding schlägt dann auch mit irgendwie 1800 bis 4000 Schlägen pro Minute, je nachdem welche Stufe man eingestellt hat. Jetzt gibt es auch noch mehr. Ich kann einmal einstellen, wenn ich hier länger drauf drücke auf Mode, kann ich also das so einstellen, dass der nicht erst ganz hinten, wenn ich durchgedrückt habe, hier volle Pulle losgeht, sondern gleich zum Anfang. Hört man und wenn ich jetzt das wieder ausschalte, dann kann ich, wenn ich langsam durchdrücke, kann ich natürlich auch langsam schrauben. Wenn man einmal auf die Lampe drückt, dann ist die Lampe an. Ich halte die mal jetzt so lange fest, bis die ausgeht. Ich glaube, ihr seht das, jetzt ist sie aus. Wenn ich da drauf drücke, geht die Lampe dann wieder an. Und die bleibt dann ungefähr zehn Sekunden an. Sieht man das? Ja, und nach diesen zehn Sekunden geht die aus. Und wenn man wieder auf den Drücker drückt, hier, jetzt ist sie aus, dann geht sie wieder an. Wenn ich sie ausschalten will, drücke ich einmal auf die Lampe und dann bleibt sie auch aus. Es gibt noch einen anderen Mode. Wenn ich die Mode-Taste nur einmal kurz drücke, dann stellt er sich erstmal bei mir auf zwei gerade und jetzt macht er folgendes. Ich schraubt und wenn der anfängt zu schlagen, dann schaltet er ab. Ah, ich kann den Drücker festhalten und dann schaltet er ab. Ich zeige euch das gleich. Bei der Stufe zwei schaltet er nach 0,5 Sekunden ab und bei der Stufe drei, glaube ich, nach einer Sekunde. Wir probieren das mal aus. Ich habe die Schraube schon dran gemacht und ich habe mal die Stufe eins gelassen jetzt. Ich muss natürlich den Schraubenkopf festhalten, sonst geht das nicht. So, jetzt. Habt ihr gehört? Er hat also kurz angezogen und dann aufgehört. Jetzt mache ich das nochmal. Ja, er zieht die natürlich jetzt nochmal an, weil er schlägt ja ein paar Mal. Also nochmal machen, dann reiße ich sie irgendwann ab. So, ich drehe sie wieder ab. Ich benutze das nicht. Alleine das Mäusekino, das zu behalten. Ja, ich habe noch 20 andere Maschinen. So oft benutze ich die nicht, dass ich auf sowas Acht gebe. Also von mir aus hätte die Funktion da nicht drin sein müssen. Drückt man einmal auf den linken Knopf, dann geht der Quatsch wieder aus. Und jetzt kann ich das Ganze ganz normal wieder benutzen. So benutze ich den immer. Ja, soviel zu den Funktionen hier beim Schrauber. Mehr gibt es nicht. Nicht, dass ich wüsste. Hier ist noch ein Haken dran. Kann ich mir an der Hose hängen oder am Gürtel. Aber es ist genau wie mit allen anderen. Komm ich da unten ran, fällt er runter. Das ist der Nachteil. Gucken wir uns mal ein bisschen Zubehör an. Und zwar einmal für die normalen Schraubfälle, die man damit hier macht. Sechskantschrauben und sowas alles. Ich habe mir vernünftige, die sind von Gedoe, Schlagschraubnüsse besorgt. Denn normale Nüsse fallen einfach auseinander und das ist dann auch gefährlich. Also sollte man unbedingt unterlassen. Sondern immer Schlagschraubnüsse nehmen. Hier ist jetzt auch eine drauf. Und da gibt es die kurzen und es gibt natürlich auch die langen. Hier fehlt schon eine. Achso, das ist im Auto. Das sind die langen und das sind auch Schlagschraubnüsse. So ist der Unterschied. Und die braucht man. Was man noch braucht, natürlich die Nüsse in der richtigen Größe, immer ganz klar. Und der kleine Schrauber kann auch sowas schrauben. Wenn ihr beim Auto irgendwas habt, was so groß ist, dann geht das damit immer noch. Ich weiß nicht, wie lange der durchhält, ehrlich gesagt. Ich habe da schon was munkeln hören und ich hoffe, dass er noch ein bisschen hält. Verlängerungen sind immer noch wichtig, finde ich. Die braucht man. Und was man noch gebrauchen könnte, ist manchmal ein Gelenk. Das kann man hier bewegen, sodass man ein bisschen um die Ecke kommt. Das ist ja auch immer noch so eine Sache. Nüsse, 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 weil ewig hält natürlich nichts. Kommen wir mal zu dem Punkt Holzschrauben. Wieso ich das Ding für die Holzschrauberei benutze. Ganz einfach. Ich habe große Schrauben zu schrauben. Immer wenn ich auf der Range bin, muss ich sehr große Schrauben irgendwo rein doktern. Und ja, das sind hier so meine Schrauben. Und wenn ich die mit einem normalen Schrauber schraube, geht das natürlich. Aber mit so einem Akkuschrauber, gerade wenn das Holz dann feucht oder weiß ich was, wenn das schwer geht oder mal Hartholz ist, dann ballere ich die natürlich hier mit deutlich besser rein. Ob die Schrauben das abkönnen oder nicht, das hängt natürlich vom Anwendungsfall an ab. Und ob die Schrauben dafür zugelassen sind, wenn man jetzt zum Beispiel, naja, beim Holzrahmenbau, da haue ich die Schrauben auch mit rein. Und das wird auf dem Bau immer so gemacht. Und das wird auch halten. Also ihr braucht den Adapter als erstes. Und jetzt kommt's. Ihr könnt keine ganz normalen Nüsse nehmen. Ich habe ja hier auch zum Beispiel Makita Nüsse. Die kann man nehmen von wem man will. Die müssen bloß halbwegs gut sein. Wenn ich die jetzt mit dem Schlagschrauber benutze, dann ballern mir die um die Ohren. Wenn ich Pech habe und wenn ich dann hier schraube und das Ding klickt ab, dann rutsche ich ab und haue mir die schöne Schraube vielleicht noch sonst wo hin. Also es gibt, guck mal was das ist, solche Einsätze für den Schlagschrauber. Die sind extra für den Schlagschrauber gedacht. Auch dieser Adapter ist für den Schlagschrauber gedacht. Das heißt, das sind ganz andere Bits. Die können das ab. Ich zeige euch die noch vom Nahen. Das seht ihr mal schon. Das sind schwarze. Und die können das ab. Das heißt, wenn ich jetzt hier irgendwo was reinschraube. Naja, ich brauche hier nicht Schrauben, weil der drückt die einfach durch, ohne dass da das Schlagwerk angeht. Ganz klar, weil das ist ja bloß weiches Holz hier. Und das ist auch noch nicht sehr lang. Das heißt, das Schlagwerk geht dann an und das lässt sich einfacher rein drehen. Das ist das Schöne dabei. Und ja, das geht auf jeden Fall besser. Der Schrauber ist ja auch nicht sehr schwer, finde ich. Der ist schön klein und handlich. Und der ist dafür auch wirklich super gut geeignet. Ja, das ist ganz wichtig, dass ihr da die richtigen Bits benutzt, damit die nicht auseinanderbrechen und ihr euch dabei verletzt. Das sollte man auf jeden Fall beachten. Die sind ein bisschen teurer. Was habe ich hier welche? Von Bosch. Ihr wisst, ich mache keine Werbung. Das ist kein Sponsoring. Ich kaufe den ganzen Quatsch alleine. Sondern ich zeige euch nur das, was ich benutze und was ich auch schon jahrelang benutzt habe. Der ist noch nicht so alt. Ich glaube, zwei oder drei Jahre. Der musste auch nicht so hart ran bisher. Klar, Reifen wechseln, Autoschrauben macht er schon. Aber der hat noch nicht so einen Dauereinsatz oder jahrelangen Einsatz hinter sich. Von daher kann ich noch nichts zur Haltbarkeit sagen, muss ich ehrlich sagen. Viele andere Geräte habe ich ja schon 10 oder 15 Jahre. Da weiß ich, dass das funktioniert. Aber bei dem Gerät weiß ich es leider noch nicht. Schreibt doch mal in die Kommentare, wie eure Erfahrungen sind mit Makita Schlagschrauber. Dann weiß ich schon, wann das Ding irgendwann aus dem Leben scheiden wird. So, soll es erst mal gewesen sein zu dem Schlagschrauber. Demnächst kommen die anderen Werkzeuge. Es sind ja noch 20 andere Werkzeuge da. und die stelle ich alle nacheinander vor. Also, Kanal abonnieren, dann kriegt ihr mal mit, wenn ein neues Video draußen ist. Ja, vielen Dank für das Reinschauen. Das war es schon wieder. Ich hoffe, euch hat das kleine Video gefallen. Über einen Daumen hoch würde ich mich freuen. Kanal abonnieren nicht vergessen. Und ich sage Ciao, bis zum nächsten Mal.